Ich heiße Dirk Herold, ich bin Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und schon seit 2004 hier im Haus angestellt. Ich war vorher Formulant in der Neurologie und in der Chirurgie, schon im Jahr 2001 und 2002. Und ich habe eigentlich keinen Tag bereut, dass ich hier im Haus arbeite. Ich habe nette Kollegen, besten Kollegen, die man sich vorstellen kann, einen Chef, der mich fördert und unterstützt. Und ich kann mich hier verwirklichen und komme wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit.